So, wie man hier sieht, haufenweise Krähen und Enten und ich habe gerade bei den Krähen beobachtet. Hier sind sie nochmal, die haben alle so weiße Dinger im Maul. Das sind glaube ich die Blüten. Zack, da wird gegessen. Da schon wieder. Zack und wird abgejagt. Also sind ganz heiß auf das Zeug. Oder ist das Popcorn, was da hingeschmissen wurde? Irgendwie so Brotgruben. Auf jeden Fall habe ich beobachtet, wie die Krähen sich gegenseitig das Zeug abluchsen. Und zwar insofern, als dass der eine ein großes Stück hat und der andere kommt hergeflogen, macht ein paar Krächzer, der andere fliegt weg und der, der dann angeflogen gekommen ist, reißt sich dann das Zeug unter den Nagel. Und der andere fliegt aber einfach weiter und sucht sich das nächste. Das heißt, den interessiert es gar nicht. Der denkt, ach okay, was heißt der denkt nicht, aber wahrscheinlich so im übertragenen Sinne denkt er sich, was ist mit dem Kerl los? Na gut, wenn er es haben will, wenn seine Emotionen gerade überkochen, hier gibt es doch überall Brot, dann soll er es haben. Ich fliege weiter, hole mir das nächste. Das heißt, er geht gar nicht drauf ein. Der sieht die Sache und danach ist die Sache auch schon wieder vergessen. Das ist genau dasselbe, wie ich mal gesagt habe, mit dem Flügelschlag der Enten. Wenn eine Ente in ein anderes Revier von einer anderen Ente reinschwimmt und dann kappeln sie sich kurz und der Unterlegene schwimmt dann raus, schlägt kurz mit den Flügeln und eine Stunde später schwimmen sie aneinander vorbei, als ob nichts gewesen wäre. Und das bringt mich jetzt zu diesem Zitat, zum Krieg gehören immer zwei, zum Frieden nur einer. Das heißt, für Krieg oder für Auseinandersetzung, für wirklichen Streit, dazu gehören immer zwei Leute, die sich gegenseitig hochschaukeln. Das heißt, der eine muss auf die Sachen, auf die Ausdrücke und auf die Mimigistik des anderen reagieren. Wenn derjenige nicht reagiert oder weg geht oder es einfach gut sein lässt oder einfach trotzdem friedlich bleibt und er sich nicht auf diesen Ego-Boost einlässt, dann hat der andere gar keine Möglichkeit, weil er gar keinen Spiegel hat, weil er gar kein Feld hat, wo ihm das alles zurückkommt, wo er dann sich wieder aufregen kann drüber, sondern dann flacht es sehr, sehr, sehr schnell ab. Und bei Tieren funktioniert das sehr gut. Tiere leben da im Moment, die haben ihre kleinen Auseinandersetzungen, dann ist wieder alles in Ordnung. Und daran sieht man auch, dass diese Auseinandersetzungen durchaus gesund sind. Die sind nichts Schlechtes, aber was ungesund ist, ist, dass man sich da ewig lang mit beschäftigt mit diesen Dingen und diese Dinge nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Und da können sich Menschen ein gutes Stück von abschneiden. Und das kann man dadurch, dass man weiß, zum Frieden gehört nur einer. Das heißt, man muss für sich selbst erkennen, okay, wenn ich darauf nicht eingehe, dann ist sofort Frieden hergestellt. Da kann man sich noch so drüber aufregen, aber wenn ich darauf nicht eingehe, wenn ich weiß, was ich an mir habe, wenn ich mein Ego nicht verletzen kann, weil ich tief drin weiß, dass ich vollständig bin, zum Beispiel jetzt, um spirituell auszudrücken, dann ist dieser Konflikt sehr schnell vergessen und viel schneller, als man denkt. Die meisten Leute denken, wenn der jetzt böse auf mich ist oder mit mir eine Diskussion anfangen will, da kann ich noch so viel tun. Er ist weiter böse oder er wird sich nicht beruhigen und ich muss jetzt dagegen ankämpfen, weil er beleidigt mich oder er verletzt mich in meinem Ego, in meinem Selbstbild und so weiter. Wenn man aber sein tiefes wahres Ich kennt und nicht mal mit diesem oberflächlichen Selbstbild und diesem Ego identifiziert ist, dann reagiert man darauf auch gar nicht mehr, automatisch sogar gar nicht mehr so stark drauf. Und automatisch merkt der andere, dass er keine Rückkopplung mehr erfährt und sofort innerhalb von Sekunden geht diese Aggression oder dieses Aufgebrachte runter und besänftigt sich automatisch. Man muss es nur mal ausprobieren, man muss sein wahres Ich kennenlernen und man sollte sich ein Beispiel an den Tieren nehmen, indem man zum Beispiel die Natur beobachtet. So viel dazu und bis zum nächsten Video. Ciao.